Willkommen zurück zu Filescar III. Wir sind immer noch hier vorne in dem Verlies der Banditen und wurden beauftragt nach, ich glaube, Amber Creek zu gehen, um dort von diesem Geschehen hier zu berichten, dass eben dieser Mekaius gefangen genommen wurde von den Banditen und diese wollten irgendeinen Schlüssel haben, den er aber nicht hatte und sie wurden anscheinend von einem Ingvar beauftragt. Das war alles, was wir aus dem letzten Gespräch gehört haben. Mal gucken, was denn daraus so entsteht. So, natürlich sind sie schon alle fleißig vorgelaufen hier. Und auf die armen zwei Diebinnen haben sie natürlich keine Acht gegeben. Das geht ja mal gar nicht. So, aber Olvir wollte uns ja vorne noch das Tor öffnen. Hui. Ah, okay, gut. Irgendwie sieht es öfters mal ein bisschen anders aus als gedacht. Und, was ich schön finde, so im Gegensatz zur Himmelsrande, es ist so drachenfrei. Du wirst nicht jede drei Minuten von einem Drachen angegriffen. So, komm, dann mach das Tor auf. Danke. So, ich nehme an, wir sollen diesem Weg folgen, dann nach Ember Creek gelangen. Kommt der eigentlich mit? Oh, der ist mir zu langsam. Kein Wunder, dass der so lange gebraucht hat, um Mekaius zu finden, wenn der so langsam herumläuft. Irre ich mich oder ist die Musik gerade nicht aus Skyrim? Aber sie klingt sehr ähnlich. Aber irgendwie kommt es mir so ein bisschen vor, als wären da ein paar Unterschiede drin. Okay, hier ist alles unter Wasser. Kommst du? Sehr schön. So, da vorne haben wir schon die erste Weggabelung. Da links läuft einer entlang. Ember Creek ist auch richtig. Dann wird das wahrscheinlich Mekaius sein. Gucken, ob wir ihm hinterher kommen. Warte auf mir! Aber wenn er eh nach Ember Creek geht, warum hat er das dann nicht gesagt? Und wo ist er hin verschwunden? Er ist doch gerade hier vorne lang gelaufen. Jetzt ist er da. Wache. Das kannst du doch noch gar nicht wissen. Na, okay. Okay, es ist ein... Eindeutig ein bisschen unterschiedlich. Letztes Mal sind sie nämlich ein Bier trinken gegangen in der Metalle. Also es kommt anscheinend auch auf die Tageszeit an, wo man dann hier hinkommt. So, dann gehen wir doch mal ganz schnell ans Gerbgestell. Da, das wollte ich machen. Das Tailoring. Ich brauche dafür Leder. So. Ach, guck mal an. Und damit kann ich dann hier selber eigene Umhänge machen. Gut zu wissen. Jetzt haben Leinentücher mal wieder was, endlich mal was zu, äh, zu bedeuten. So. Ähm, du hast doch bestimmt irgendwas für mich. Ich bin sicher, dass ich nur was, was du schaust. Einen Ebenerz? Nein, du hast keinen Ebenerz, ähm, Bogen. Du hast nicht das, wovon ich suche. Vielleicht habe ich was, was du gebrauchen kannst. Ähm, den... Zwergenhelm. So. Ich glaube, den Rest kann ich noch gut bei mir behalten. Cave Beer Pelt. Könnten wir vielleicht... Ich will doch nur Leder. Ah, hier, Leder. Machen wir die mal in Leder. Okay. So, das sollte reichen. So, und wir sollen jetzt dem Jarl Bescheid geben. Das wäre dann... Da vorne. Wache. Okay. So, und nach dem Gespräch ist für mich alles blind. Danach weiß ich nichts. Okay. So, und nachdem, wenn du so alt bist, so, wenn du so alt bist, oder jetzt einfach, wenn du so alt bist, wenn du so alt bist. Oh, was kann ich mit dir helfen? Sagst du so. Du bist, mein Freund. Ognar hat ein Bounty an ein paar Bandits gegeben. Hier, schau dir das Decree für die Tiere. Ich bin sicher. Und nur wenn ich mich trage, wie würde ich das jetzt machen? Meine Kollegen sagen, dass Wolff immer seine Bounty her Bounty runter. Du kannst ihn fragen, ob er will dich beherren. Gut, wir wissen also jetzt, dass wir mit dem Boot wieder nach Skyrim fahren können. Ähm, wo ist Anga hin? So, dann wollen wir doch mal. So, wir sind sicherlich aus dem Weg. Ich bin gespannt, wie diese Mercenaries, die du sprachst, haben Sie gelernt, über die Spezifische Gap, und die Tools, um sie zu aktivieren. Wir sind gar nicht sicher, wie es seit 700 Jahren gemacht wurde. Das ist sicherlich etwas, was ich möchte, um zu schauen, später oder später. Die Technologie könnte uns bedeuten, für uns, für alle von Nern. Und es würde Bruder Dorlof etwas tun, was zu tun. Über 100 Jahre, nach dem wir erst in Valsgar gekommen sind, die Explorers herausgefunden haben, wo wir waren. Es scheint, wir sind weit nach dem Nord-East von Tamriel. Aber wir sind nicht sicher, wie weit entfernt. Eine große Magik scheint zu entdecken diese Land. Und eine Voyage nach Tamriel dauert viel weniger Zeit, als wir denken, es sollte. Aber niemand ist sicher, warum. Sonst ist es nicht sicher, dass wir auf Nern sind. Sogar Wäste. 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 Die Gäste sagten, dass sie direkt von den Gästen besprochen wurden, sie beurteilen eine Prophecy von Sordern. Die Gäste sagten, dass sie, die durch die Schimmerung des Wohls kamen, waren die Start des Wohls, und dass sie die Traveller wurden. Diese Geschichte sprach, und dann wurde sie etwas von einem Legend in Valsgar. However, nichts mehr passiert, und die Gäste in Muzuglan bleibt. Bis jetzt. Sie sind aus dem Skye. Was bedeutet das? Sie sind die Wohls, die der Mann gesprochen hat? Wenn so, was bedeutet das, was es passiert? Das Land ist bereits mit Krieg und Tod. Wir können nicht viel mehr davon nehmen. Was? Was? Was hat ihn zu glauben, dass das? Such eine Beweise kann man nicht wahrnehmen. Das... Das ist schlechte Nachrichten. Es könnte sehr gut sein, dass die Start des Wohls. Danke für mich diese Informationen bringen. Das ist das, was ich zu sagen. Das ist das Wohls. Das ist das, was ich mit meinem Beweise zu sagen. Ich liebe mich zu fragen, dass Sie mehr von Ihnen. Sie haben bereits eine von meinen Leuten gewandert. Aber ich habe keine Wahl. Ich bin der Fall, wenn ich meine Familie und die Yunvaldeers war, war ein Grupp von Monken, die uns als unsere Wissen und Gordwissern. Sie haben seitdem zu einem einfacher Leben vertreten, aber ihre Rechte sind noch da. Sie wissen, was Ingvar ist. Bitte, geh zu Balaam Priory, in den Südwesten, und spreche mit Bruder Thorlo. Schaue, ob er nichts weiß. Bruder Thorlo muss sagen. Ja. Du hast mir zwar gerade erst den Auftrag gegeben, aber frag schon mal gleich nach, wie es denn lief. Wir sollen jetzt mit Bruder Thorlo sprechen. Du guckst dir hier die Karte von Skyrim an. Bestimmt sehr interessant für ihn, wie dann Skyrim so alles aussieht. Aber gut. Ähm... Und wir müssen dann jetzt gucken... Die können wir nicht aufnehmen. Schade. Wir sollen dann jetzt gucken, dass wir zu diesem Bruder Thorlo kommen. Und vielleicht können wir damit einen potenziellen Krieg abwenden. So, eine Sache weiß ich noch. Und zwar, wo wir ein Pferd herbekommen. Ansonsten würde das Ganze wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich nehme an... Joa... Letztes Mal, als ich so ein bisschen rumgereist bin, war es dann so, dass alle paar Meter ein Bär auf mich zugerannt kam. Von daher ist so ein Pferd gar nicht mal so schlecht. So... Dann würde ich doch mal sagen... Was hast du denn? Das Lied ist neu für mich. Cool. Hm... Wir haben noch keinen Ebenerz... Bogen, oder? Haben wir noch einen dabei? Ebenerzschwert hätten wir da. Dann lassen wir es noch. Ach ja, ich wollte ja noch... Tanzen kann ich leider nicht dazu. Schade. Hallo. Oh... Ich glaube so. Ich habe ihn nicht viel für ihn in einem Zeitraum. Und er ist schade, nur in seinem Stall zu sitzen. Ich lasse ihn für 1.000 Gold gehen. Du wirst ihn nicht vergreifen. Er ist in einem Stapel auf dem oberen Seite der Arm. Ich kann ihn nicht mehr benutzen, aber ich kann trotzdem guten Kiriken nehmen. Okay. So, wir haben jetzt unser Pferd ersteigert und können damit jetzt zu Bruder Thoro oder Thoro reisen ohne ewig herumzuwandern. So, da ist es. Pferd von Rina ist auch schon gleich gekennzeichnet. Er kriegt dann hinten seine Brandmarke auf den Hintern. Damit steht es dann fest. So, wir müssen da vorne hin. Heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie gleich eine Rechtskurve kriegen. Machen wir es halt so. Und warten. Irgendwo hier müsste wieder eine Straße kommen. Okay. Eigene Kasernen haben die anscheinend nicht. Da hinten. So, da sind wir. Und wo ist Arissa? Sie rennt uns noch hinterher. Okay, vielleicht wenn ich nochmal aufsteige. Normalerweise hat sie ja ein eigenes Pferd. Vielleicht konntet ihr das aber jetzt auch nicht mitnehmen. Nee, konntet ihr nicht. Da muss hier halt laufen. Muss hier halt schneller sein als die wären. So. Sind wir denn hier wieder angekommen? Das scheint irgendwie so eine Farm zu sein, oder? Lass mal gucken, was da ist. Ordnungsfahren. Joa. Wenn einem das Abenteurerleben mal etwas zu langweilig wird, kann man hier eine kleine Farm aufbauen. Schauen wir mal weiter. So. 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 Chat raus. Das ist ja auch irgendwie so, ne, so ne richtige passende Reisemusik. Und weg. von gibt es ja leider relativ wenig die so irgendwie in das setting mit reinpassen was ist denn das das sind bestimmt die göttlichen okay da sind wir auch schon so kommen dann stellen wir dich doch einfach mal mit rein hier bedien die ich einfach mal guck mal an talos verehren sie also auch noch i hope you're keeping it as trouble so dann fragen wir immer mal es location would obviously suggest that the women are people about it but there is little evidence to prove it we've seen no signs of this kind of technology in other women's so we can do much beyond speculating the schools invite them on that were potentially start but that is what we did it to the continuous conflict in the land this search in the portal further simply as a means something focused on that have some also vermutlich haben wieder die dreamer das portal gebaut würde auch am ehesten zu denen passen oder dass das da geht war hier unterwegs so do you know anything about the increased bandit activity i know that a growing problem that couldn't be we got this we cannot have seven hundred years ago sure saved our ancestors so that we can flourish in this land absorb its knowledge we will not help instigate another one with the ormaldas of course they're so loyal to the ormaldas if it comes to it we will fight by the king agnar's son until victory of course sovngord takes us missing skyrim you really are the traveler aren't you there is a lord by the name of wulf of the norths he's still on the boat to skyrim speak with him i'm sure he'll be willing to take you there okay he can also know the boat it would be possible that he knows something else okay where are you there this is the way you want to be a man yes that's my oh that's just a normal priest let's see let's take a look a little bit here what's that here okay that's the sebastei brother arnand there are the wild animals hello Na, die haben ja viel zu tun hier. Dann gehen wir doch mal rein. Ist auf jeden Fall relativ karg ausgerichtet hier. Aber immerhin, für so gut wie jeden Ädra haben sie hier einen Schrein anscheinend. Die Herberge der Ahnenmotte. Nehmen wir doch mal mit. Ich sehe, du bist nicht so nobel. Was gibt es denn dann hier? Ersatz die Triche und extra Fläschchen. Gift. Gift wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. So, lasst uns eure Ausrüstung überprüfen. Alles in Ordnung. Das passt schon. Tag, Tag. Himmelsrand für Entdecker. Die interessieren sich aber sehr für Himmelsrand hier auch, wenn sie so wenig damit zu tun haben. So, dann wollen wir mal wieder uns auf den Weg zum Jal machen. Ja, das kann man so nennen. Unser Pferd posiert gerade ein wenig. Gehen wir aus der Weg. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder zurückreisen. Also, diese Bastille ist auf jeden Fall auf der Seite vom Anger. Wenn es denn zum Krieg kommen sollte. Vorher wollen sie dem wohl nicht helfen. Mal gucken. Vielleicht können wir es ja tatsächlich noch schaffen, den Krieg auch zu vermeiden. Wäre auf jeden Fall mal eine interessante Quest. Normalerweise kann man es ja nie tun. Man wird dann in diese Kriege mit hineingeworfen. Gucken vielleicht. Spielen wir mal so ein bisschen Mongole hier. Vielleicht kriegen wir den Hirsch da vorne noch. Mann, ist der schnell. Hier kommen wir noch hinterher. Ja, komm her. Der schlägt vielleicht Haken. Oh, da hinten schießen. Schießt da jemand Pfeile? Ach, das war bestimmt Arissa, die auch auf den Hirsch geschossen hat. Mann, Mann, Mann. Apropos Hirsch, da ist er wieder. Hirsch. Ah, dieses Mal hast du gewonnen, Hirsch. So, da sind wir wieder. In Amber Creek. Das klingt irgendwie nach so einer alten Westernstadt, Amber Creek. So, dann werden wir mal Bericht erstatten gehen. Wer ist denn das? Ach, Gabriel. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen... Ah, schade. Ich habe meine Rüstung nicht dabei. Ich hatte vorher noch eine Rüstung, die mir, wenn ich getroffen werde, eine Chance gibt, dass der Gegner gelähmt wird. Damit würde es natürlich noch besser gehen. Aber mal gucken, ob wir es mit geschickter Beinarbeit auch schaffen. So, mal gucken hier. Komm her. Hallo? Warum? Warum greift er mich mit dem Schwert an? Er sagt selber, kein... The fuck? Also, wir merken, wir können uns auf das Wort von Falskala nicht wirklich verlassen. Schnell zücken sie dann doch mal die Waffe. Ach ja, jetzt gibt er wieder auf, ne? Hallo. Ich sehe dich. Ich habe den Weg aus der Meade. Ja, okay. Also, wir merken, wenn wir uns mit einem Falskala schlagen, sollten wir trotzdem ein Schwert in Griffbereitschaft haben. So, da vorne rechts sollte er wieder sein. Hängt wahrscheinlich wieder über die Skyrim-Karte. Nein, diesmal nicht. Dann ist er oben. Da ist... Jalma oder Jalma. Da ist Jal-Akna. Nein, Warum muss ich sowas schon wieder machen? Ich nehme an seine Husker als haben um einiges stärkere, um einiges bessere Argumente in der Hinsicht. Also damit wohl im nächsten, äh, in der nächsten Folge der große Kampf am Dock. Rein theoretisch könnten wir damit auch wieder nach Hause fahren, mal gucken, je nachdem. So, die Pose ist auch gut für ein Ende, damit machen wir jetzt auch Schluss und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.